Was male ich als nächstes? Mal überlegen. Vielleicht ein Tier? Hey Greta, was machst du da? Ich male, sieht man doch. Malen ist doch voll langweilig. Ist es nicht! Komm, lass uns was anderes machen. Was denn? Wir könnten zum Beispiel zum Abenteuerspielplatz fahren. Das macht viel mehr Spaß. Na gut, dann hole ich auch meinen Kektar. Mama, ich gehe mit Heinrich auf den Spielplatz. Ist gut Greta, aber wenn es dunkel wird, kommst du nach Hause. Das weiß ich doch. Los geht's! Wollen wir von der Rampe runterfahren? Das macht voll Spaß. Na klar! Aus dem Weg! Ich komme! Ah, das macht so viel Bock! Hey, super gemacht! Jetzt ich! Hey Heinrich, guck mal, hier liegt eine Münze. Die hat jemand verloren. Ja, bestimmt. Hey, wir können uns was davon kaufen. Das Geld gehört uns nicht. Wir können es nicht nehmen. Aber du weißt doch nicht, wer es verloren hat. Hier ist ja niemand. Also können wir es auch mitnehmen und uns was kaufen. Und was? Der Eisladen hat doch jetzt zu. Wir könnten mit unseren Autos zum McDonald's fahren und ein Happy Meal kaufen. Oh ja, das ist eine coole Idee. Reicht denn das Geld dafür? Ach, für ein Happy Meal bestimmt. Aber wir müssen dann teilen. Logo! Und wie machen wir das dann mit dem Spielzeug? Wenn es was ist, was dir gefällt, darfst du es behalten. Wenn es mir gefällt, behalte ich es. Okay. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Ja, hallo. Wir möchten ein Happy Meal mit Chicken Nuggets und Pommes bitte. Ketchup oder Mayo dazu? Äh, beides bitte. Und welches Getränk? Apfelschorle. Darfst noch etwas sein? Nein, das ist alles. Das macht 4,50 Euro am nächsten Schalter bitte. Okay, cool. Das hat geklappt. Hä, wo ist denn das Auto, das eben die Bestellung mit dem Happy Meal aufgegeben hat? Komisch. Sollte das ein Scherz sein, oder was? Huhu, hier sind wir. Ach Gott, mit dem Auto könnt ihr doch hier nicht fahren. Auto ist Auto. Ja, aber kein Spielzeugauto. Das steht da aber nicht. Habt ihr denn überhaupt das Geld für eure Bestellung? Ja klar, hier bitte. Das reicht nicht, Kinder. Das ist 1 Euro. Das Happy Meal kostet 4,50 Euro. Aber wir haben so einen Hunger. Ja, und ich habe meine Vorschriften. Ich darf euch das nicht so einfach verschenken. Wo sind denn eure Eltern? Wir sind allein hier. Hm. Was dauert denn das hier so lange? Gibt es hier ein Problem? Ich wollte mein Essen heute noch bekommen. Es tut mir leid. Es geht gleich weiter. Kinder, ihr müsst jetzt bitte hier wegfahren. Wenn ihr nicht genug Geld dabei habt, kann ich euch nichts verkaufen. Oh Menno, ich habe mich schon so gefreut. Das tut mir wirklich leid. Ach, geben Sie den Kindern, was sie haben wollten. Ich bezahle das mit. Oh, das ist sehr großzügig von Ihnen. Echt cool, danke. Vielen Dank. Gern geschehen. Wollen wir reinschauen, welches Spielzeug drin ist? Das machen wir gleich auf dem Spielplatz. Na gut, auch wenn ich es vor Spannung gar nicht mehr aushalten kann. Halte durch Heinrich, du schaffst das schon. Oh, ich habe so einen Kohldampf, Greta. Ich bin so gespannt. Ich auch. Es ist ein... Was denn? Mach es doch nicht so spannend. Ein Kompass, wie cool. Oh, echt? Hm. Darf ich den haben, Heinrich? Bitte. Ja, kannst du. Ich will ihn sowieso nicht. Oh, danke. Hm, war das lecker. Ja. Ich werfe mal den Müll in den Mülleimer. Ihhh. Was denn? Was liegt hier denn? Ich geh und lass auf den Spielplatz. Das ist total eklig. Ja, wenn man reintritt vor allem. Wollen wir das wegmachen, Heinrich? Damit nicht ein anderes Kind da reintretet. Ja, und wie? Mit diesem Stock hier. Bäh, das stinkt. Jetzt rein damit. Hey, ihr Zwerge, was treibt ihr hier so? Ihr müsst vielleicht mal mehr Spinat essen. Dann wachst ihr ein wenig und bleibt nicht so klein, ihr Zwerge. Wir sind keine Zwerge. Hey, wollt ihr vielleicht was von McDonalds? Wir haben noch was über. Wir kleinen Zwerge haben nicht geschafft, das alles aufzuessen. Hä? Psst. Hey, ja klar. Geh per. Hier, bitte schön. Cool. Ich hab voll den Kohldampf. Wir müssen dann los. Tschüss. Komm, Greta. Schnell weg hier. Hä? Boah, das ist voll widerlich. Das ist ein Hundeschiss drin. Na, wartet ihr. Wenn ich euch erwische, dann seid ihr dran. Ja. Hahaha, ihr kriegt uns sowieso nicht. Liebe Familie Janssen-Fans, vergisst nicht uns kostenlos zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben zu lassen. Das wäre sehr nett. Eure Greta. Eure Greta.